Corona hat unser Leben in Deutschland und der Welt verändert. Vieles, was wir geplant hatten, musste verschoben werden. Plötzlich waren die Schulen geschlossen, Messen und Veranstaltungen fielen aus und wir als Berater und Beraterinnen konnten euch nicht mehr persönlich sehen. Aber auch eine Krise kann überwunden werden und eröffnet neue Wege. Wenn du noch keine Lehrstelle gefunden hast oder dein Ausbildungsplatz abgesagt wurde, dann komm jetzt zur Berufsberatung. Wir helfen dir und können dir sagen, wo du eine Ausbildung findest. Wir sind für dich da. Melde dich einfach telefonisch bei uns oder vereinbare gleich online einen Termin. Wir sprechen mit dir und deinen Eltern über deine berufliche Zukunft.